Promophase Tod oder Lebendig Ein Specialist Interview, auch vor 12 Jahren Die Making-of-Videos zu John Bello Teil 2 Mit Afrop damals Mit den Frankfurter Jungs, auch Jones, Mann, Blaze Mit Sammy dann, Tia Sido, auch vor 10 Jahren schon Wunderschönen guten Tag hier auf meinem YouTube-Kanal Ich hoffe, euch geht's allen gut Heute folgendes Thema Wir hatten das zwar auch immer mal wieder Im Stream, wenn die Fragen aufkamen Und so weiter, und so fort Wir schreiben doch immer mal wieder Leute Im Stream, als auch offline Was es mit True Culture auf sich hat Also in wenigen Worten kann man sagen Mit True Culture hat bei mir alles angefangen Was soziale Netzwerke angeht Videos, Fotografie Ramba, Zamba, Boom, Bang Also folgendermaßen True Culture war mein Baby damals Oder ist so mein Baby, aber ist halt einfach alles auf Eis Dass ich damals begonnen habe Und zwar in Form von Interviews auf MySpace Allerdings in Form von Audio Interviews Bedeutet, ich habe damals Interviews gemacht über Telefon Habe das aufgenommen, damals noch voll oldschool Ich glaube, angefangen hat es, dass ich es mit einem Mini-Disc Mit einem Mini-Disc-Rekorder aufgenommen habe Ich glaube, so irgendwie war das Weil irgendwie MP3-Rekorder, so hatte ich damals noch nicht Und das alles auf MySpace hochgeladen hatte Also nur die Audio-Interviews Und ich glaube, einer der ersten Ich weiß gar nicht mehr Ich müsste mal auf alten Festplatten schauen Aber Ja, ich hatte damals schon auf jeden Fall Einige Leute am Start Ich glaube, einer der ersten war wirklich Moses Pelham Damals auch schon echt mit vielen Leuten Connected über MySpace Aber das war so der Anfang Das war echt der Anfang eigentlich von den ganzen sozialen Netzwerken Was jetzt Künstler-Connecten angeht Oder Genau, natürlich kamen dann noch Dinge wie WKW Oder Studi-VZ Und dann dachte man, okay, man ist jetzt in Studi-VZ Obwohl man gar nicht studiert Na klar Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, dass ich gesagt habe Ey, ich will nicht nur Audio-Interviews Das soll auch irgendwie mit bewegten Bildern am Start sein Sprich Video-Interviews Und hatte dann damals angefangen Auch mit einer Mini-DV-Cam Das aufzunehmen Und die Leute Schöne Grüße an alle Die damals mit Mini-DV irgendwie Styles gemacht haben Man hat die Mini-DV-Cam gehabt Mussten die dann an den Rechner anschließen Und musste das abspielen lassen Also hat sich das angeschaut Und dann hat er das Ganze auf den Rechner gezogen Also das ging nicht so Man klickt an Wechseldatenträger rüberziehen Sondern es war auf jeden Fall Rambazamba-mäßig aufwendig Somit gab es die ersten Video-Interviews Einige habe ich so gemacht Für die Kanäle von den jeweiligen Künstlern Und dann habe ich aber auch gesagt Ey, ich will das Ganze auf YouTube machen Als eigenen True-Culture-Kanal Also, ja, ich würde sagen Wir gucken mal ganz kurz auf YouTube vorbei Der Kanal existiert ja noch Aber wurde halt nichts mehr wirklich gestartet So, hier sind wir auf dem True-Culture-YouTube-Kanal Wie gesagt, da ist Vor vier Jahren habe ich das letzte Video hochgeladen Das war mit Timeless damals Noch ein Interview Hier in Berlin schon Aber Jetzt gehen wir Scrollen wir hier einfach mal runter Das erste Video Ist ein cooles Savaş-Interview True-Culture-Shoutout Ah, genau Und dafür hat man ein Video aufgenommen Das aber nochmal Das war ungefähr 2006 Somit auch Die Frage Wann zum Beispiel Savaş und ich uns kennengelernt haben Es war 2006 Zur Promo-Phase Von Tod oder lebendig Und davor War halt wirklich Sehr, sehr viel Auf MySpace Oder das meistens eigentlich Auf MySpace abgelaufen Dann haben wir hier auch natürlich Ein Specialist-Interview Auch vor zwölf Jahren Sehr, sehr geil Ich muss mir das alles mal Komplett wieder anschauen Also Wer da Das Ganze mal nachholen will Wie gesagt, einfach True-Culture Am besten True-Culture-Interview eingeben Leider wurde der Kanal Mal gebannt Es war Richtig Action Auf jeden Fall Der Kanal wurde wieder Aktiviert Aber man findet ihn leider nicht In der Suchleiste Keine Ahnung warum Also am besten Wie hier oben eingeben True-Culture-Interview Und dann kommt ihr auf den True-Culture.de-Kanal Auch nochmal kurz Einfach zur Story Mich hat damals jemand angeschrieben Der Interviews koordiniert hat So Und hat gefragt Ey, hör zu Willst du mit Savas Ein Interview machen Für True-Culture Ich sagte Klar, auf jeden Fall Und ich dachte aber erst so Oh, ich muss nach Berlin tuckern So Da meinte er so Ey, nee Er wohnt in Heidelberg Du kannst direkt Zu ihm heimfahren Ihr könnt dort das Interview Für deinen Kanal machen Und alles ist cool So Ich dachte Perfekt Alles klar Genau Haben damals dann das Interview gemacht Bei Savas zu Hause Haben auch schnell gemerkt Dass wir auf jeden Fall Das gleiche Ding im Oberstübchen haben Und Savas hat mich nach meiner Nummer gefragt Den hat es voll geschickt Dass ich in Heidelberg lebe Und ein paar Wochen später Hat er angerufen Und gefragt Ob ich die Making-of-Videos Zu John Bello Teil 2 Drehen will Und die dann praktisch Als Making-ofs Auf meinem Kanal Das Intro war damals Das Intro war damals Natürlich auch schon richtig Hightech Ich war da in 18 Studios Und habe die Spur aufgenommen Und dies nicht Aber rausgekommen ist das Intro True Culture Ich war auch richtig Was Fotos freistellen angeht Und so richtig top So fing dieses ganze True Culture Ding an Auf dem YouTube Kanal Wie gesagt Davor alles auf MySpace Auch echt mit vielen Leuten Schon connected gewesen Damals sehr sehr viele Audio Interviews gemacht Ich muss wirklich mal schauen Ob ich die irgendwie Auf einer externen Festplatte noch habe Ich müsste auf jeden Fall Ich habe immer alles aufgehoben Ich müsste es auf jeden Fall Irgendwo rumfahren haben Safe Ich habe natürlich auch Mit vielen Leuten Regional Dinge gemacht Dann war damals Hip-Hop Open-Minded 2009 In Mannheim Vorm Schloss Dann haben wir auch Habe ich damals mit Strachi Schöne Grüße auch an Strachi Ein Interview gemacht Vorm Schloss direkt Vor der Location Wie gesagt Ich will jetzt Auch gar keine Vitos Irgendwie so anspielen Wer sich das alles Nachträglich Schon mal reinzwirbeln will Geht auf den Kanal TrueCulture.de Oder gebt einfach Bei YouTube TrueCulture Interview ein Und dann müsstet ihr Auf den Kanal kommen Genau Und dann ging es einfach so weiter Hier Alle möglichen Leute Mit Afrop damals Mit den Frankfurter Jungs Auch Jonesmann Blaze Mit Sammy dann Im Heidelberg Wie gesagt Man hat dann immer so Natürlich Gecheckt Wer Wer tatsächlich in Heidelberg Mal auf Tour Am Start ist Und Hat dann da einfach Interviews angefragt Und Da damals Jetzt auch Die Menge an Interview Plattformen Auch nicht wirklich Vorhanden war Oder nicht wirklich Groß war Ging es eigentlich immer Ziemlich easy Die Leute hatten Bock drauf Die Leute haben natürlich auch Schnell gemerkt Dass man da mit Herz Hinten dran ist Damals war es halt auch nicht so Dass man in ein Interview Reingegangen ist Ich meine das ist bei mir Heute immer noch nicht so Aber dass es so Plattformen gibt Denen es wichtig war Ey Über was müssen wir reden Dass es Klicks gibt Bei mir ist es heute ja immer noch so Ich mache das Weil ich Bock habe Und ob es jetzt weniger Klicks gibt Oder mehr ist Ja Aber ich habe damals sowieso War das überhaupt kein Wirtschaftliches Denken Oder Businessdenken Es war einfach diese Die Liebe zu Zu diesem Hip-Hop Zu Rap Am Start Und man Ja es war einfach das Baby Man hat einfach durchgezogen Es hat einfach Bock gemacht Und ja Dann ging es halt immer so weiter Wie gesagt Sammy am Start Hier Sido Auch vor 10 Jahren schon Wo waren die Jungs da? Ah Alte Feuerbach in Mannheim Genau In Verplantas auch Damals vor 10 Jahren schon Interview Auch ein sehr sehr legendäres Ding Das gucke ich mir immer wieder Immer wieder wirklich auch gerne an Mit Mikkes Mikkes Fontanier One Love auch an Mikkes Ganz liebe Grüße Auch vor 10 Jahren Er hatte damals Den Echo gewonnen Für das Video Welches Video war das von Sido? Hey du Ging dann immer so weiter Wie gesagt Oli Bani Frankie Kubrick Dann waren wir auf dem Splash 2010 Haben so ein Video Special gemacht Und wie gesagt Alles immer schön Mit der Mini-DV-Cam Jetzt wo ich gerade Von Mini-DV-Cam spreche Ey Ganz ganz liebe Grüße Auch an Stribi Du hattest mir damals Tatsächlich Jetzt kommt mir das alles wieder Der gute Stribi Big Up an Stribi Er hatte mir damals Seine Mini-DV-Cam Soweit ich mich erinnern kam Geschenkt Weil ich hatte eine richtig alte Richtig verranzte Da ging fast gar nichts mehr Und der gute Max hatte Eine Mini-DV-Cam Und die lag bei ihm noch rum Und er meinte Ey Wenn ich dir damit irgendwie helfen kann Wenn du das gebrauchen kannst Dann nimm die Und kannst damit dein Stuff machen Und so Ey Das kommt mir jetzt erst gerade Schribi Vielen, vielen Dank dafür Du hast auf jeden Fall Dazu beigetragen Dass ich das alles Stressfreier Habe durchführen können Ich werde auf jeden Fall mal Die externen Festplatten durchschauen Ich habe das Safe irgendwo Ich habe alles aufgehoben Ich habe glaube ich Externe Festplatten Da scheppert mir wahrscheinlich Die Gänsehaut Im Sekundentakt Genau Da kam halt Interview, Interview, Interview Und Hier auch Raff Raff 3.0 Damals noch vor 8 Jahren Das weiß ich auch noch Er hatte In der Halle 02 glaube ich Entweder Halle 02 Oder Karlsdorff Bahnhof Einen Auftritt Und wir haben davor Noch ein schnelles Interview Aber richtig ruckzuck Man sieht es hier 7 Minuten 43 Waren wir beim Mandis Was essen Und Haben dann schnell Ein Interview gemacht Und dann ist er direkt Weiter zum Auftritt Also es waren Ja Es waren wirklich Sehr sehr geile Zeiten Hier auch eins der ersten Interviews Von Kurdo Schöne Grüße auch an Kurdo Nach Heidelberg Auch vor 8 Jahren Auch 103.000 Aufrufe Das war für damals krass Also für damalige Zeiten Ich meine Manche Interviews damals Haben ein paar 3.000, 4.000 Klicks Und da habe ich mich schon Gefreut wie ein Schnitzel Das waren alles komplett Andere Zeiten Aber Ich habe da gar nicht so Geguckt nach Klicks Und so Vielleicht habe ich da auch Einfach zu wenig Irgendwie Wirtschaftlich Oder businessmäßig gedacht Oder eigentlich gar nicht So Ich wollte es einfach Das war einfach mein Baby Es war einfach komplett Die Liebe zum Game So Die Liebe zum Hip-Hop Ich will ja jetzt auch gar nicht Jedes Video durchgehen Hier aber auch Oh Oleg Sech Auch sehr sehr nice Interview Vor 7 Jahren Da haben wir uns Also das ist krass Wenn ich halt diese Ganzen Thumbnails Hier sehe Erinnere ich mich halt Echt an jedes Einzelne Interview Wo war es Wie wo war So Backflash Modus Oleg Sech Weiß ich auch noch ganz genau Da haben wir uns getroffen In Frankfurt Taunusstraße Oder Parallelstraße Irgendwo Die Jungs haben gerade Ein Video gedreht Ich weiß nicht Für wen Entweder was für Sark Life Damals Sark Life TH Sark Life Aber Die hatten halt Eine krasse Limo Gemietet Und haben da echt Ein nices Video gedreht Und dann meinte Ey komm kurz vorbei Während dem Videodreh Wir gehen in die Limo Und machen ein schnelles Interview Und ich habe auch echt schnell gemerkt Dass ich in Heidelberg Eher ausgebremst bin Von der Einfach von der Location her Wenn ich damals schon In einer Stadt Wie Berlin oder so gewesen wäre Hat man das auch Ganz fest Wer weiß was dann am Start wäre Aber wie gesagt Ich hatte nie damit Dieses wirtschaftliche Denken Oder Klicks Oder dies Das Es war einfach Ey lass über Mucke quatschen Lass über deine neue Mucke quatschen Wie produzierst du das Es war einfach Der Talk über die Mucke War einfach Ja es war nice Und irgendwann habe ich gemerkt Dass es Ja man hat halt echt Das Jahre gemacht Und es war auch geil Aber irgendwann hat man vielleicht auch Andere Interessen gehabt Neue Dinge Wollt auch andere Sachen testen Und dann ist das alles So ein bisschen eingeschlafen Dann hat das Ganze So ein bisschen Also die Durchführung Der gute Dung übernommen Ganz ganz liebe Grüße an Dung Mit seinem Kollegen Flo Flo hat interviewt Dung hat die Kamera gemacht Und genau Ich habe das alles so ein bisschen Überblickt Von Heidelberg aus Aber ja es war einfach Man wollte einfach Das ganze Ding weiterführen So aber es wurde halt Ausgebremst Durch die Durch den Standort So ja wie gesagt Dann haben die Jungs das übernommen Man sieht ja auch Die Thumbnails wurden anders Ich habe mich dann eher so Um die organisatorischen Sachen gekümmert Die Jungs haben durchgezogen Aber auch das war natürlich Dann irgendwann Jeder hat auch seine Verpflichtung Und andere Sachen zu tun Und man muss einfach dazu sagen Damit hat man ja kein Geld verdient So ne Ich habe in dieses Baby Geld reingesteckt So ne Ich hatte damals auch noch Meine Klamottenmarke No excuses Und habe halt so dann immer gesagt Ey Jungs ich schicke euch Irgendwie Klamotten Aber ich konnte die Jungs Ja nicht zahlen So ne Also es war einfach nicht Auf wirtschaftlich Auf wirtschaftlichen Modus Und klar Man muss einfach Geld verdienen Und so ein Hobby Oder so eine Leidenschaft Frisst halt massiv Viel Sehr sehr viel Zeit Und zu damaligen Zeiten Auch natürlich Geld Egal wo ich auch hingereist bin Wenn da mal was war Wo man zum Beispiel Akkreditierung bekommen hat Sei Splash oder so Hat man ja trotzdem auch Aus eigener Tasche Anreise bezahlt Hotel bezahlt Ja das Ganze ist dann Irgendwie auf Eis Gelegt worden Meinerseits natürlich auch Weil ich aber auch gemerkt habe Ich habe weiterhin Bock Was Videos angeht Das merkt man ja Oder sieht man ja jetzt auch Ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal Jetzt Splasharer Oder ich streame auch Regelmäßig auf Twitch Oder auch manchmal Nicht so regelmäßig Aber was ich auch In den Jahren Dann auch gemerkt habe Fotografie Video Oder so Interviews Oder jetzt auch der Podcast Den ich ja auch seit kurzer Zeit An Start gebracht habe Hatte ich schon immer Bock Aber ich wollte es nicht mehr festlegen Dass es nur Topic Hip-Hop ist Oder nur Rap Ja Somit Ist das damals irgendwie Auf Eis gelegt worden Für alle Leute Die immer mal wieder nachfragen Was das mit dem True Culture auf sich hat Ich hoffe ich habe euch das jetzt Einigermaßen erklären können Wie Das alles begonnen hat Angefangen hat The Roots Würde mich auf jeden Fall Auch hier wieder Wie immer Über einen Daumen nach oben freuen Kommentare Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt Zum Thema True Culture Oder sonst was auch Kloppt es in die Kommentare Wir sehen uns ganz bald Auf jeglichen Plattformen Entweder Twitch Oder hier Oder schaut auch mal Auf dem Podcast vorbei Die ganzen Links sind In der Videobeschreibung Bleibt gesund Seid lieb vor allem Und bis ganz bald Ich bin raus Ahoi Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.